Oh mein Gott, das ist frischer, weißer, sauberer. Yo Freunde, was geht ab? Endlich liegt Schnee. Es liegt zwar nicht viel Schnee, aber ich denke, das wird für heute ausreichen. Denn heute werde ich etwas ganz besonderes auspacken und testen. Und zwar den Blizzard 2.0 von Kyosho. Und das ist eine Schneeraupe. Hat 339,95 Euro gekostet. Ready to run. Funke, USB-Ladgerät und Neem-Akku ist mit dabei. Ist im Maßstab 1 zu 12. Ich habe schon so einiges im Internet über den Blizzard 2.0 gelesen, dass zum Beispiel die Motoren jetzt nicht die stärksten sind. Und wenn man ernsthaft damit Schnee schieben möchte, dass die Schneeraupe dann schon ziemlich schnell den Geist aufgeben kann. Aber für diesen Fall gibt es Upgrades. Zum Beispiel einen stärkeren Motor kann man da reinklatschen. Bevor ich mir darüber Gedanken mache, packe ich ihn erstmal aus. Anleitung. Fernsteuerung. Oh nein, das ist so ein großes Teil, was ich mit zwei Händen bedienen muss. Da kann ich gar nicht mit einer Hand bedienen und mit der anderen Hand filmen. Drop-Test. War nun Spaß. Aha, ich glaube auf den ersten Eindruck bin ich enttäuscht. Aber schauen wir uns das Teil mal genauer an. Also die Ketten hier, die sind aus feinstem Plastik, genauso wie die Räder hier. Die Schaufel, die ist auch aus Plastik, fühlt sich jetzt auch nicht so hochwertig an. Schauen wir mal unter die Karo. Da haben wir zwei Motoren verbaut. Ein Motor treibt die linke Kette an und der andere Motor treibt dann halt die rechte Kette an. Sieht schon ziemlich interessant aus, wie das Ganze arbeitet. Zino Brushed, 2S kann man da reinklatschen. Ansonsten haben wir da den Servo, der bedient halt vorne die Schaufel. Lenken tut man, indem man einfach nur mit einer Kette Gas gibt. Und da drin befindet sich der Regler und der Empfänger. Die Box schraube ich jetzt mal auf, da will ich auch mal einen Blick reinwerfen. So sieht es da drin aus. Alter, geiler Regler. Also ein paar Upgrades würden bei dem auf jeden Fall Sinn machen. Metallketten, bessere Motorregler-Kombo, ein anderer Empfänger mit anderer Funke, damit man das Ganze auch mit einer Hand steuern kann. Ansonsten vielleicht noch einen anderen Servo, damit die Schaufel mehr Kraft hat. Was meint ihr? Soll ich den Tune? Falls ihr Bock da drauf habt, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn das Video 7500 Daumen hoch erreicht, dann werde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das hier ist übrigens der mitgelieferte NIM-Akku, 2200 mAh. Ich klatsche ihn rein. Karo wieder drauf. In die Funke kommt hier das Doppeler-Batterien. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wow, das Ding ist an. Die Steuerung ist ganz einfach. Links bewegt man die linke Kette, rechts die rechte Kette. Und wenn man den rechten Stick nach oben macht, dann kann man hier noch die Schaufel bewegen. Alter, schaut euch das an, ey. Wie ruckartig die hochgeht. Alter. Na, ein bisschen Power hat er doch hier. Der kann sich fast von alleine aufstellen. Schauen wir mal, ob er genug Kraft hat, um die Kartons jetzt zur Seite zu schieben. Das sollte, denke ich mal, ohne Probleme funktionieren. Und Blizzard, bist du bereit, deinen ersten Schnee zu schieben? Ich muss zugeben, der hat schon Power. Der fährt schneller, als ich gedacht habe. Ja gut, liegt halt auch daran, dass hier alles aus Kunststoff ist. Der wiegt überhaupt nichts. Bevor wir gleich in den Schnee gehen, will ich nochmal eine Sache testen. Und zwar, ob er auch Steigungen fahren kann, wie so ein Crawler. Deswegen gehen wir kurz in die Garage und machen den Steigungstest. Machen wir mal hier 45 Grad. Also das würde jeder Crawler schaffen. Die Handelsscheibe habe ich diesmal auch so platziert, dass sie nicht stört. Als das nicht mit dem Holder hier getestet hatte, war die im Weg. Das war mir gar nicht aufgefallen, aber ihr habt mich in den Kommentaren darauf hingewiesen. Und deswegen werden wir das Ganze gleich nochmal versuchen, ohne störende Handelsscheibe. Aber zuerst ist der Blizzard jetzt dran. Ich denke mal, die Schaufel mache ich ja am besten so hoch, wie es geht. Und dann ganz gemütlich nach vorne fahren. Und... Er kommt nicht hoch. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ist ja auch kein Crawler. Aber nichtsdestotrotz, falls da Metallketten draufklatschen sollte, will ich das Ganze mal vergleichen. Ich meine, er wird dann schwerer und vielleicht schafft er es dann, da hochzufahren. Deswegen wollte ich das testen. Versuchen wir es nochmal mit dem TRX-6. Oh geil, ich kann ihn mit einer Hand bedienen. Let's go! Die Handelsscheibe ist jetzt nicht mehr im Weg. Wow! Da drauf kommt er schon mal wirklich sehr, sehr gut. Mal gucken, ob das Heck jetzt blockieren wird. Und... Ja, er setzt schon auf. Aber... Ganz kurz dachte ich, er würde es schaffen. Keine Chance. Oh... Mit Anlauf ist es tatsächlich möglich. Schaut euch das an. Oh, 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 oh. Huhu, huhu. Yeah. Man braucht einfach genug Schwung, um diesen Punkt zu überwinden, wo der mit der Heckschussstange hängen bleibt. Und dann geht's. Nehmen wir den Crawler gleich mit raus. Ja, den nehmen wir mit. Hat mal voll Bock, eine Runde im Schnee mit dem zu bashen. Den bashen mit dem Crawler. Wir machen jetzt erstmal hier einen kleinen Test auf dem Balkon. Da liegt jetzt nicht so hoch Schnee. Aber er ist feucht. Das bedeutet, er ist schwer. Der sollte das dennoch schaffen. Ich mache die Schaufel runter. Und jetzt versuchen wir mal zu schieben hier. Das war's schon, ey. Wenn ich darauf achte, dass ich die Schaufel jetzt nicht komplett gegen den Boden drücke, dann kommt er schon voran. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Ja, er hat jetzt nicht so die Power, aber ich würde es jetzt schon schaffen, wie ihr hier gerade sehen konntet, meinen Balkon hier sauber zu bekommen. Das Ganze erfordert nur ein bisschen Übung und sehr viel Feingefühl, denn die Steuerung ist wirklich sehr feinfühlig. Durch den Schnee ist er sehr gut gefahren, aber das auf meinem Balkon, das ist ja kein richtiger Schnee. Deswegen gehen wir jetzt in die Wildnis. Hahaha, wir sehen uns doch nicht in der Wildnis wieder, sondern in der Garage. Denn ich muss hier erstmal den Kühlschrank ausladen. Also bald kommt, wie viele Böller überlebt der Kühlschrank. Ihr wisst Bescheid. Ich muss hier erstmal aufwärmen. Deswegen drehe ich schnell eine Runde mit dem Hauler. Manchmal werde ich gefragt, wie ich diese Aufnahmen mache. Also so dem Fahrzeug hinterher. Ich nehme mir meine GoPro mit Selfie-Stick. Und dann renne ich dem Auto hinterher. Das ist es schon. Ich zeige es euch mal kurz. Sieht bestimmt lustig aus von außen. Let's go. Kleine Challenge. Schafft es der Hauler über diese Pfütze zu fahren? Ja, die ist gefroren, aber ich glaube nicht so fest. Ich versuche es mal. Mal gucken, ob es gleich knacken wird. Ich taste mich langsam voran. Und... Oh, das sieht gut aus, Freunde. Oh. Ich höre es knacken. Sehr gefährlich auf jeden Fall. Machen wir das Ganze noch mit Vollgas. Yeah. Wisst ihr, was geil ist? Dadurch, dass es jetzt halt so ein bisschen rutschig ist auf dem Schnee, kippt der Hauler nicht mehr um. Und was auch noch geil wäre, ein Böller-Vergleich auf dem Eis. Ich glaube, das wäre richtig heftig. Hier sind schöne große Pfützen. Da könnte man das schon mal machen. Was sagt ihr dazu? Jetzt wird es spannend. Ich packe den Blizzard in den Schnee. Und du musst hinterher rennen, mein Schatz. Okay. Okay. Oh, ich glaube, wir müssen mal ein 2S-Lipo reinklatschen. Mal gucken, ob er dann mehr Leistung hat. Aber so... Ich wünschte, er wäre schon schneller. 7300 mAh, damit sollten wir lange Spaß haben. Let's go. Drop Test. Ja, ich muss sagen, mit dem Lipo hat er ein bisschen mehr Power. Versuchen wir jetzt noch mal hier draußen Schnee zu schieben. Ich mache die Schaufel gefühlvoll runter. Und jetzt let's go. Oh, wow. Mit dem Lipo funktioniert das Ganze viel besser. Ich kann die Schaufel sogar komplett nach unten machen. Sozusagen am Boden schleifen lassen und das Ding schiebt. Aber er könnte trotzdem mehr Power haben. Nichtsdestotrotz bin ich erleichtert, dass man überhaupt was mit ihm machen kann. Oh, oh, Freunde. Ich habe gerade einen Auftrag reinbekommen. Und zwar soll ich Dynamit transportieren. Es ist schon aufgeladen und mit Schnee gesichert. Das Ganze muss ich jetzt vorsichtig nach da hinten fahren. Ich muss wirklich ganz vorsichtig sein. Sonst fliegt mir der Kessel hier in die Luft. Let's go. Oh, ganz ruhig fahren. Ganz ruhig. Okay, Freunde. Ich finde, ich habe den ersten Schneetag gut genutzt. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Ihr könnt noch zwei Wartiges anschauen. Und ich zünde noch zwei Bölle an. Das war einfach nichts.